Hallo, mein Name ist Syngerin Giroba, ich bin Gründerin des Unternehmens Endlich Wieder 3. Ich arbeite mit Menschen, die Depressionen, Angstzustände, Angststörungen haben, Selbsthaft, Suchtprobleme, negative Einstellungen zum Leben allgemein und heute möchte ich nochmal das Thema ansprechen, Alkoholsucht als Problem. Ein Suchtproblem ist kein individuelles Problem. Viele Menschen denken, mein Problem ist was Besonderes, mein Suchtproblem ist sowas Einmaliges, Besonderes, dass bei den anderen, die dieses Problem haben, da ist alles ganz anders und so weiter. Nein, ein Alkoholproblem ist nichts Individuelles. Die Ursachen für diese Störung, für dieses Problem sind etwas individuell, aber das Problem in sich und genauso wie die Lösung aus diesem Problem sind nicht individuell. Die funktionieren für alle. Warum ist dieses Suchtproblem nicht individuell? Erstens geht die gleiche Substanz, welche auf das menschliche Gehirn einwirkt. Also wir haben die gleiche Substanz und wir haben ein menschliches Gehirn. Daher kann man die Wirkung eigentlich schon vorhersagen. Und die Wirkung, natürlich unterscheiden sich die Regionen im Gehirn, die besonders bei bestimmten Menschen betroffen werden. Aber im Allgemeinen, die Zerstörung des Gehirns und so ist sehr ähnlich bei allen Menschen. Wenn es nicht so wäre, hätten Millionen von Menschen, die sich schon befreit haben, keine Chance aus ihrer Alkoholsuchtfalle rauszukommen. Und dem ist nicht so. Viele Millionen von Menschen haben das schon geschafft, sich aus der Alkoholfalle zu befreien. Zweitens, warum ist ein Alkoholproblem nicht individuell? Ich habe in meinem vorherigen Video schon gesagt, dass es zwölf Hauptfaktoren gibt, warum eine Sucht entstehen kann. Dieses Video verlinke ich, wird da oben erscheinen. Das heißt, wenn nur drei oder manchmal nur zwei von diesen Faktoren eintreten, kann es passieren, dass du eine Sucht entwickelst. Das heißt, man braucht nur einige von diesen Faktoren und die Suchgefahr ist schon da und die Entwicklung praktisch geht los. So, das heißt, und die gute Nachricht ist, dadurch, dass dein Problem, dein Leid momentan nicht individuell sind, sondern ein Problem allgemein von unserer Gesellschaft, weil wir so unnatürlich leben, so gibt es eine Lösung, die auch funktioniert für alle Menschen mit diesem Problem. Und noch mehr, das, wie du jetzt leidest, wie du unfrei, machtlos dich fühlst, das muss, das muss gar nicht sein. Du machst, du leidest umsonst, es bringt dich nirgendwo hin. Wenn du denkst, je mehr du leidest, desto mehr, desto ein schöneres Leben du später verdienst. Ich sag's dir, das stinkt nicht. Du verlierst nur deine Lebenszeit. Du wirst für dein Leid jetzt, wirst du nicht belohnt. Das Einzige, für was du belohnt wirst, und das garantiert, ist für deine Suche nach einem Ausweg. Das, was passierte, diese ganzen Faktoren aus deiner Kindheit, die dich zu dieser Sucht geführt haben, zu diesem Problem geführt haben, dass du dieses Problem überhaupt hast, das war nicht deine Schuld. Das konntest du nicht ändern. Du warst tatsächlich machtlos. Aber jetzt ist die Situation ganz, ganz anders. Jetzt kannst du sagen, okay, ich hab verstanden. Es gab Faktoren, Ursachen für die Entstehung meiner Sucht. Jetzt bin ich unfrei, machtlos, ich leide, ich hab vielleicht schon körperliche Krankheiten, Alkoholbedienste Krankheiten. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich dieses Problem selber in meine Hand nehme, dass ich dieses Problem löse. Und noch eine gute Nachricht. Die Lösung, die momentan da ist, die funktioniert für alle Menschen. Denn an dieser Lösung, an diesem System haben Tausende von Menschen gearbeitet, die aus diesem, aus dieser Falle sich befreien konnten. Und noch eine bessere Nachricht ist, dass wir morgen schon starten. Morgen am Samstag um 18 Uhr startet mein zweites Live-Training, bestehend aus 5 Live-Webinaren. Auf diesen Webinaren erfährst du, bekommst du alles, was du brauchst, um deine Sucht, dein Leiden, dein sinnloses Leiden für immer zu beenden. Du nimmst dein Leben. Du nimmst dein Leben in deine Hand und du bist nicht alleine. Du bekommst meine individuelle Begleitung auch. Und du bist in guten Händen. Du bekommst wirklich alles, alle Werkzeuge, alles Wissen, alles wie in deiner Hand, damit du dieses Problem, und das Problem ist kein leichtes, kein kleines Problem, alleine nicht zu bewältigen, dieses Problem wirst du mit unserer Hilfe lösen können. Unten ist ein Link, da kannst du dich für das Training anmelden, dann bist du in den nächsten 5 Webinaren bei uns dabei und wirst diesen neuen Weg für dich gehen und du musst dieses Problem anfangen. Du warst nie schuld daran, aber jetzt bist du derjenige oder diejenige, der oder die dieses Problem lösen kann und sollte. Auch für deine Kinder, weil die werden dieses Programm, dieses Problem automatisch übernehmen. Also du trägst jetzt eine Verantwortung für dich und für deine Kinder und für die nächsten Generationen. Ich freue mich, wenn ich dich morgen auf meinem Live Training begrüßen darf. Bis dahin, alles Gute, der Weg geht nur nach vorne und nie zurück, ja, nie aufgeben. Bis morgen, wir sehen uns auf dem Training, deine Inga. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.